Hallo und was gab's? Willkommen zu einer noch von Go-Germany-Leicht-World und zwar heute ein bisschen professioneller als beim ähm, Stand-Crumble-Cast-V-Live-Stream und zwar, ich hab hier schon ein paar Level gespeichert wir gehen erstmal direkt ins erste Level rein so, da, ich hab hier seht ihr meinen Charakter ich hab hier so einen Drachenkopf oder so ähm, rot-schwarz das hier soll, äh, hat nicht so einen krassen Beat aber ich mag nur Roboter und das Level ist ein bisschen einfacher was es mir macht hier nebenbei zu kommentieren ja, weil es ist ziemlich schwer bei Geometry Dash zu kommentieren, weil man ja sich die ganze Zeit konzentrieren muss, hier geht es noch halbwegs ähm, aber es ist wirklich schon schwer auf jeden Fall ähm, weil das hier so ein bisschen mehr oh mein Gott, jetzt wird's schwer ah, okay doch, das geht noch oh nein, hab verkackt, shit Leute, jetzt sind wir wieder da und diesmal werde ich nicht, oh mein Gott, fuck, wieder verkackt ich denke, ich würde es mal sagen wir gehen direkt ins nächste Level und ja Level von, äh, Jovi C okay, los geht's rein hier boah, oh mein Gott, ist das schwer okay, das ist mal direkt ein anderer Schwierigkeitsgrad let's go, oh mein Gott was zum Teufel geht hier ab okay let's go, zack, zack, springen, springen oh mein Gott, okay, das Level kenne ich glaube ich noch oh, close what the fuck, Alter wie klein war man da und ja Leute, ich werde auf den Krabbel Chaos die wir am Minecraft Story weiter drehen mit dem Krabbel und dem Animal und ich hoffe mal, dass, ähm oh mein Gott, was zum, was passiert hier ich kann, nein, okay, ich wechsle das Level weil das ist ein bisschen zu krass mal direkt ins nächste Level so äh, und los, das wird, oh mein Gott ein bisschen einfacher ach so, das okay, ja, das, 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 das kenne ich das habe ich letztens auch schon gespielt das ist super einfach man rennt hier einfach nur äh, die ganze Zeit und, äh, ja, hört den Beat ich höre es passiert halt jetzt hier nichts aber ja, trotzdem Leute ich werde auf den Krabbel Chaos wie am Minecraft Story weiter drehen auf 1080p mit Effekt mit Musik mit allem Zooms mit allem, wirklich mit allem das wird richtig krass und nicht so, wie wir das vorher gemacht haben weil das ist halt so ein bisschen, ähm ja, schrottig gewesen wirklich, das war auf 240, 360p oder so und jetzt mit 1080p alles, alles nochmal neu und es wird viel, viel besser let's go ach so, das kenne ich äh, ein bisschen, äh Minecraft ähnlich ist das Level ähm ja, keine Ahnung ich kann hierzu nicht so viel sagen nicht so viel kommentieren und ja, ich habe auch nicht mal so viel zu sagen eigentlich ich meine, ähm heute habe ich ein bisschen mehr Zeit deswegen kann ich Geometry Dash aufnehmen weil Geometry Dash dauert immer ein bisschen länger aufzunehmen als, ähm Robby Bob Robby Bob geht ganz schnell so ich sehe nichts oh mein Gott okay, okay okay, 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 okay oh mein Gott das ist der Hintergrund Minecraft ähnlich tot wir wieder beim, äh Flugzeug oder was auch immer eben so jetzt aufpassen oh mein Gott oh, wieso wechseln wir hier permanent können wir nicht ich sehe nichts oh mein Gott was ist das hier oh ich sehe nichts ich bin verwirrt oh mein Gott man kann tot geschafft tot irgendwas thanks for praying Merry Christmas Merry Christmas glaube ich okay, dann nächstes Level keine Ahnung jetzt konzentriere ich mich richtig weil das Level ist das krasseste das versuche ich schon seit Tagen in 3 2 1 let's go nicht进 dann mi intro meine rabbin Wand vor haben wir uns haben ich Ok Leute, ihr habt es gerade gesehen, das ist schon richtig krass, das Level. Und zwar, das ist aber richtig schwer. Vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich es kommentiere, obwohl das ist dann ein bisschen eher weniger Chance. Aber ja, das werde ich jetzt das ganze Video über versuchen. Nein, werde ich nicht. Das werde ich vielleicht in einem anderen, in einem Stream von mir oder irgendwas, ich werde das vielleicht nochmal versuchen. Vielleicht aber nur, ich denke aber eher weniger. Weil, ja, das ist schon richtig schwer und ich habe einen guten Trial erwischt, ich habe einen guten Trial erwischt. Was zum... Das war ein guter Trial, Leute, aber egal. Ich würde sagen, ja, kommen wir zu den nächsten Informationen. Ich werde nämlich jetzt heute auch noch ein Video auf der EntrableCourse, die wir hochladen. Ähm, und ja, das wird dann auf jeden Fall auch noch nach dem Video hier kommen. Obwohl, naja, vielleicht sogar davor. Also, wenn ihr das Video hier gerade sieht, dann wechselt auf der EntrableCourse, wie in der Kanal-Info, Leute. Und dann wir sagen, haut rein. Wir gehen ins nächste Level. Und dann, äh, ja. In das hier, nein, das hier waren wir gerade schon drinnen. Wir gehen mal kurz in ein richtig fucking schwieriges rein, ne? Noch ganz kurz, das letzte Trial, letzte Trial. Okay, das ist schwer. Okay, das kann ich aber, glaube ich, gut. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es dann schon mit diesem Video. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Schaut bei meinem Instagram vorbei und auch in der Videobeschreibung vorbeischauen. Für mehr Informationen in der Kanal-Info ist der 2.1-2. Kanal, also DanCrobleCourseWi, verlinkt. Und dann würde ich sagen, haut rein, schaut doch vorbei bei DanCrobleCourseWi und tschaui.